ja ich habe gerade auf kampf neu starten gemacht und habe eigentlich dachte ich kann meine formation und so was alles noch mal ändern aber anscheinend nicht da kennen wir alles übrigens willkommen mein name ist dann ihre ip und ich begrüße euch zurück zu let's play wir sind immer noch in dieser level wo prinzessin cordelia cornelia steht irgendwo immer wenn ich jetzt gab es mir steht dann irgendwo was müssen wir immer noch retten und unser letzter versuch ist wirklich gescheitert na gut da machen wir es jetzt besser ich weiß jetzt aber wie ich meine einheiten wissen bewegen muss als erstes wegen wir wieder ja ist gut aber ich frage wie solchen dienen so in der zweiten hälfte block hier geht noch gar nicht mehr von uns oder tue ich ja so dann blockieren wir mal wieder hier alles mohaha lightning so weit so gut wir sagen wir geben mit nenz maria nach vorne oh gott so ich hoffe dich kriege ich mit ja super dich kriege ich kaputt wenn ich treffe jawohl dann machen wir uns dann machen wir diesmal ein bisschen professioneller verfolgen das verdammte ding auf schritt und tritt so alicia ich hoffe du kommst bis zum lernster da hinten das wäre super ob die bock die allerdings schon wegen dem diesen anfang hier habe ich schon das gefühl wir schaffen drei schüsse bitte an deutsch wird schon verdammter direkt dem mache ich noch klein holz also schießte unsere einheiten mit seinen raketen ab was ich voll nervig finde ich auf den armen nehmen acht schüsse um egal so leichen fündern ist da jemand da so dann bewegen wir uns mal hierhin damit er uns nicht abschließen kann man im nächsten zug dran ist denn sowieso jetzt abschließen wenn er noch war weiter rechts gegangen ist ja da war ich ein bisschen so im schnelldurchlauf wir bis war wieder zu dem punkt beim letzten mal an falls überhaupt vielleicht habe ich diesmal sein schon kaputt gehabt also können wir ja ich glaube ich war da ist ein panzer joshol not pass was dann geht weiter nach rechts also war aber zu lang naja da gehst du jetzt auch nicht lang und wer verkommt denn von da oh gott hilfe machst du genau also ich kann ich nicht treffen aber ich schieße ich nicht aber der eine hat nur 360 grad schützkanone auf dach oh no you don't leck mich da war das da draußen war das jetzt wieder den weg blockieren so ich bin ich mir nicht mehr auf den nerven mein leben ich habe es verschwendet denkt er sich nur so jetzt kommt wieder der blog so mit dem bein kann ich jetzt nichts machen sagen ich gehe mal mit rosie schon mal weiter nach oben verdammt egal marina du bist glaube ich gerade fehl am platz das ist sehr schön für dich aber ich muss jetzt hier rausholen weil du bringst nichts dann habe ich noch einen weiteren scout weil die sind hier glaube ich gerade im effektivsten und zwar wie wie ja ja nur das gut ausgeht wird schon wieder blockiert aber es war woanders hin so wie soll ich ihnen jetzt von da aus blockieren bitteschön dann muss ich nun dafür einen umweg machen noch gar nicht mehr blockieren aber jetzt kommt seine verstärkung leck mich doch so ich werde ich einen sturm bleiben platzieren sollen wobei wir jetzt gleich erscheinen aber egal was da sind welche so hat jetzt er geht jetzt hier nach unten also wenn er da unten ist bin ich hier da kann er nicht durch ich muss rechtzeitig hier unten sein oder bewegt mich einfach genauso wie er bewegt mich auf jeden fall für einen dinge nach unten ich muss zwei züge dafür wissen da ist irgendjemand in der nähe wenn ich vielleicht abschießen könnte da steht ein jemand und scheint nicht okay egal er könnte auch da vorbei was wenn ihr unten ist kann er nicht wieder dahin oder so so alicia wer ist aufgetaucht hallo was ich dachte jetzt jemand aufgetaucht hallo 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 na na ich dachte jetzt jemand aufgetaucht was zum hm 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 oh gott nein die steuerung sich so empfindlich nur erstmal heilen so immer schön am rücken kleben von dem typen panzer meine ich rosa bis hm 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 das ist ein strategischer jetzt hier an entschuldigt mich bitte jetzt auch mal dein woher alle scheiß ja ja geklebt an dem rücken von diesen dingen ja du gehst jetzt mal dahin weil alles was jetzt da kommt wo welken jetzt ist es kann ja welken kaputt das heißt du hältst du hältst diese seit hier im auge hm hm nirgendwo einer ok wenn jetzt irgendjemand von der seite kommt kobe schießt ihn auf da wird schon irgendwie gut gehen da liegt ein schema hinter glaube ich weiß nicht ja ja also kann sich im nächsten zug schon mal dahinter liegen volle konzentration auf den scheiß panzer und ja den weist stellt gleich wieder darunter erst mal bleibt sie in diesem zug da wenn wir dann nach unten gehen muss oder so weiß ich jetzt nicht wo ich mal gleich wieder gucken ich habe schon wieder vergessen so hallöchen du bestürzt gleich das glaubst du noch nicht ich war ja nicht noch mal ne und damit als klar ist aber da sind so viele leute auf mich sind normal so dann nicht mit der granat hier wegplatten kann denn am besten wäre es auch wenn keiner von ihnen verrichten würde so wo ist der panzer jetzt wir müssen jetzt hier sein also edweiß kann auch ruhen erst mal oh god hilfe please don't kill me oh verdammter dreck duktig duktig aber da ist es hat sonst umgedreht und dann ist noch einer dreck die bäuer nur war mindestens ein schuss nur zwei aber was 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 ich krieg noch das war sehr gut so bringen bewegt sich hier in dann ja wird schon gut gehen irgendwie so als würde ich noch irgendwie diesen einen überleben und stirbt ja aus je weniger gegnerst du besser was wo sie auf einmal gelandet damit ja ich weiß nicht dass gut gegangen ist so bewegt sich jetzt auch mal ein aber nicht nachdem du erst nachdem du dich gehalten hast so okay nein kann er nicht wenn er hingehen will und dann dadurch kann er auch nicht verdammter ist noch einer baby schalte den typen aus du zack stirb mal wie viele war auf einmal töten so schließt sich jetzt auch alicia und nennt sie an dann ist rosy da muss der panzer sein so jetzt ein bisschen bestritt weil auf einem jahr mal besser als beim jetzt mal na 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 du wächst darunter klar wo sie auch was zum machen der panzer stellt jetzt da im weg also unser panzer so hast du nicht da durchkommst ein zug geht noch vor allem da kommen wir mal mehr leute was soll hat denn ja ich sehe die gar nicht was soll hat denn jetzt kommen sie alle da durch die ganz ehrlich ich muss ich nicht alle töten ganz ehrlich was wird schwierig hier so dass mich wieder ok ich bleibe hier damit du nicht weiter ganz so jetzt machen wir den fällig im panzer meine ich auch vorsichtig nehmen kannst du uns nicht sehen oder oder so gar nichts ich bin großartig aber knapp ich kann ja ich die ganze zeit alicia und nennt sie hier lassen weil hier kein risiko ein hat dinger kaputt kloppen erst mal bis zum ziel aus wie konnte ich jetzt auch noch ein ballern so wird sogar gang bangt nur sie schaffe ich nicht dahin zu bewegen oder dabei wie auch nicht ich habe wirklich das ding kann sich nicht um 360 grad wählen jawohl so und jetzt stirbt dann macht schaden was weiß ich habe solche schaden erst mal reinhauen das andere ist erstmal egal ich habe noch zwei punkte geil das ding so was man dran gut läuft gut ich habe keine idee klappt was bedeutet das was macht den fällig die erste ist schon mal erledigt zum gleichen in der nächsten runde nochmal wiederholen und wir sind alle wunderbar schon ich bleibe jetzt volle möhre auf ein von uns ein und trifft alle drei oh gott nein bist du blöd verdammt der ding sich bewegt zum nächsten zukommt rosy die macht das ding kalt ja darum kümmert sich wolken dann warum habe ich ihn da so beschissen platziert erwartet du kommst du wirst gleich von hinten durchgenommen das sage ich dir oh gott habe ich schaffte da lebend aus von der leiter war zurück das ist so dunkel ich kann nichts daran den titel den titel den titel den titel na komm ich den ganzen tag zeit beziehungsweise nacht und denn den titel und das gefühl in den nächsten bad schafft man hat ja stichwort nächster part wir sehen uns im nächsten part von let's play war kira chronicles ich bedanke mich herzlich für zuschauen und sage tschüss